DW Deutsch lernen mit dem Deutschtrainer Escucha y repite El fútbol Der fußball El estadio Das Stadion Voy al estadio Ich gehe ins Stadion El juego Das Spiel El equipo Die Mannschaft El portero El arquero Der Torwart El delantero Der Stürmer Tira un Goal Er schießt ein Tor Goal Tor El Defensa Der Verteidiger El Arbitro Der Schiedsrichter Están empatados Es steht unentschieden Es steht unentschieden ¿Por quién vas? Für wen bist du? ¿Cuál es tu equipo favorito? Was ist deine Lieblingsmannschaft? Es steht unentschieden El aficionado El hincha Der Fan Ganamos Wir haben gewonnen Die W.com Slash Deutschtrainer Die Wurgs tandacht Es steht unentschieden Untertitelung des ZDF, 2020